Eine wichtige Person möchte dich sprechen. Es handelt sich um den Grafen Olivares. Ohne Flandern gibt es gar nichts, Kapitan. Flandern, das ist die Hölle. Du wirst töten müssen, und zwar viel. Diego, du hast dir einen schönen Schlamassel eingebrockt. Ich töte nicht gerne Prinzen, ohne zu wissen, wer sie sind. Es wird Krieg mit Frankreich geben. Bernhard steckt in der Schlinge. Ihr habt sehr unangenehme Freunde. Der Kapitan, das ist meine Angelegenheit. Jeder ist einmal verliebt. Du liebst mich nicht. Was weißt du denn schon? Ich weiß nichts von Prinzessinnen oder Palastintrigen. Ich bin nur Soldat. Wir haben auch einen geworden, regard zu können. Wir героischen Helen. Man hat dich gemeint. Ich bin nur flower, ich bin nurвет nicht. Woretiereisé. Ich bin nur trägt. Untertitelung des ZDF, 2020